Das Thema jetzt heißt Yoga Stehhaltungen für Anfänger. Ihr werdet ordentlich eure Beine spüren und wir legen gleich los. Heb deine linke Ferse nach oben an und im Wechsel die rechte Ferse. Verlage dein Gewicht nach vorne und wechseln. Bring die Arme nach hinten, verzahne deine Finger hinter deinem Rücken und bring die Arme weiter nach hinten und zurück. Nach hinten und zurück, okay? Und nach hinten und zurück, hin und her. Nach hinten, sehr gut. Immer die Arme nach hinten bringen und wieder vor. Nach hinten und vor, gut. Gut, schließ die Füße, atme tief ein und ausatmen. Beug deine Beine. Einatmen und ausatmen. Du kannst gerne die Füße ein wenig öffnen, gerade wenn du vielleicht ein bisschen Beschwerden im unteren Rücken hast, dann ist es eher besser, wenn du die Füße leicht öffnest. Ansonsten ganz eng schließen. Und die Arme gehen hoch und absenken, strecken. Die Arme gehen hoch und absenken. Hoch, Fingerspitzen zur Decke und absenken. Nochmal ein und aus. Dann bleib hier, die Beine bleiben gestreckt und du kreist deine Schultern nach hinten. Und nach vorne. Okay, gut. Wir bleiben hier. Füße eng zusammen. Zieh die Kniescheiben nach oben. Das heißt, dadurch werden die Beine ganz fest und aktiv, wenn die Kniescheiben nach oben gehen. Zieh nach oben, dann spürst du, wie die Muskulatur sich anspannt. Und so bleiben wir. Die Handflächen zeigen nach vorne. Die Schulterblätter kommen näher zueinander. Und du hebst deinen Brustkorb nach oben an. Wir befinden uns in der Grundstehposition. Die Berghaltung. Weite den Brustkorb nach oben. Zieh dich nach oben. Und konzentriere dich auf deine Atmung. Ruhig und gleichmäßig atmen. Und dann löse langsam wieder auf. Okay, wir bleiben hier. Die Beine bleiben geschlossen. Nun verändern wir jetzt die Arme. Und zwar steckst du die Arme nach oben. Zur Decke aus. Ziehst die Fingerspitzen lang nach oben. Atmest ein. Und hebst die Fersen langsam nach oben an. Wieder absenken. Und wie ein Aufzug fährst du ganz gerade nach oben. Und wieder nach unten. Diesmal bleibst du die Fersen fest zusammen. Halte die Position. Halten. 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 Und dann löse langsam wieder auf. Senkt den linken Arm ab. Zieh den Arm nach rechts rüber. Streck den rechten Arm nach oben zur Decke aus. Und zieh den Arm noch weiter nach links. Neigt den Oberkörper nach links. Und dreht den Brustkorb nach rechts auf. Beide Beckenknochen bleiben nach vorne ausgerichtet. Halte die Position. Und versuche den Arm noch weiter rüber zu ziehen. Mit dem nächsten Einatmen. Auflösen. Und absenken. Seite wechseln. Der linke Arm kommt nach oben. Die Fingerspitzen ziehen nach oben zur Decke. Der rechte Arm kommt rüber. Und halte die Position. Zieh die Schulterblätter hinten näher zueinander. Und halten. Der Arm wächst lang über dein Kopf hinweg. Löse langsam wieder auf. Und bleibe wieder hier. So, wir gehen weiter. Die Beine bleiben immer noch geschlossen. Diesmal beugst du die Beine. Schiebst dein Po etwas nach hinten. Ziehst die Schulterblätter näher zueinander. Die Hände bleiben hier. Dein Kopf bleibt in Verlängerung vom Rücken. Zieh die Schultern von den Ohren weg. Blick in Richtung Boden. Press die Oberschenkel fest zusammen. Falls du die Beine geöffnet hast. Dann achte darauf, dass deine Knie wirklich ganz parallel zu den Fußspitzen bleiben. Halte hier. Und versuche noch ein bisschen tiefer zu gehen. Halten. Und atmen. Atme ganz ruhig durch deine Nase ein und aus. Und dann löse langsam auf. Okay. Stell das rechte Bein seitlich auf. Streck die Arme zur Seite aus. Halte diese Position. Zieh dich ganz lang nach oben. Und wenn du ein Stückchen weiter gehen möchtest, dann löst du den rechten großen Zeh und flex den Fuß. Halte hier. Zieh dich noch weiter nach oben. Schultern tief. Und versuche dein Standbein, dein linkes Bein zu verlängern. Atme ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Dann bring die Hände vor deinem Brustbein zusammen. Verzahn deine Finger. Und die Handflächen zeigen nach oben zur Decke. Und jetzt ziehst du die Finger auseinander. Aber sie bleiben trotzdem zusammen. Halte die Position. Und bring das Bein nun nach vorne. Und schieb hier deine Ferse weg von dir. Konzentriere dich auf deine Atmung. Ich habe gesagt, wir werden die Beine spüren. Und zieh dich hoch. Nicht absetzen. Halten. Halten. Achtung. Jetzt beug dein Bein. Und greif den rechten Oberschenkel. Gib das Gewicht von deinem rechten Oberschenkel ab. Flex den Fuß. Zieh dich wieder lang nach oben. Und halte die Position. Jedes Mal, wenn du einatmest, wächst du nach oben in die Länge. Mit dem nächsten Ausatmen lösen. Okay. Wir wechseln. Wir wechseln die Seite. Streck das linke Bein zur Seite aus. Hebe deine Arme auf Schulterhöhe an. Und bleibe hier. Und bleibe hier. Wachse nach oben in die Länge. Zieh die Fingerspitzen ganz weit weg von dir. Halten. Und wenn du ein Stückchen weiter gehen möchtest, dann heb langsam den großen Zeh vom Boden ab und flex den Fuß. Und jetzt werde noch länger. Zieh dich hoch. Wachse nach oben. Und konzentriere dich auf deine Atmung. Einatmen. Ausatmen. Immer länger werden. Noch länger, noch länger, noch länger, noch länger. Okay. Dann bring die Finger zusammen. Die Handflächen zeigen nach oben. Streck das Bein nach vorne aus. Flex den Fuß. Zieh die Schultern nach hinten. zurück. Und nach unten in Richtung Po. Versuche wirklich beide Beine gestreckt zu halten. Und die Kniescheiben bleiben angezogen. Dann beugen. Oberschenkel greifen. Der Fuß bleibt geflext. Und deine Atmung fließt weiter durch deine Nase ein und aus. Sehr gut. Und wir halten hier noch vier Atemzüge. Und dann langsam lösen. Okay. Dann öffne deine Beine etwas mehr. Dreh die Füße nach außen. Und zwar nur so weit, dass du wirklich gut stehen kannst. Also, wenn du zu weit nach außen legst und das Gefühl hast, du kippst nach hinten, dann ist es schon zu viel. Okay. Also, Füße so nach außen lehnen, dass du einen guten Stand hast. Beug deine Beine. Und die Beine sind circa eine Beinlänge auseinander. Die Sitzknochen fallen jetzt senkrecht nach unten in Richtung Boden. Die Knie zeigen zu den Fußspitzen. Besuch die Knie tendenziell eher nach hinten wegzudrücken. Und dann halte diese Position. Bleibe hier. Und wir halten und wir atmen natürlich. Einatmen und ausatmen. Und nicht strecken. Besuch wirklich die Beugung zu halten. Wir bleiben hier. Halten. Halten. Und atmen. Die Hände kannst du wirklich hier unten lassen, weil wir wollen wirklich den Fokus hier auf die Beine legen. Die Arme nehmen wir dann später nochmal dazu. Aber in dieser Position kannst du einfach die Arme weglassen. Die dürfen sich jetzt ausruhen. Und immer noch halten. Immer noch halten. Jetzt geh nach vorne. Und schieb deine Knie noch weiter nach hinten zurück, sodass wir hier eine Dehnung bekommen. Also die Oberschenkelinnenseiten dehnen. Kopf in Verlängerung. Rücken gerade. Und dann langsam lösen. Okay, jetzt geh die Füße. Nach innen. Schieb die Fersen ein wenig nach außen. Beug dich nach vorne. Und setz deine Fingerspitzen auf. Oder platziere deine Hände hier. Deine Oberschenkel oder auch Unterschenkel. Wichtig ist, dass der Rücken gerade bleibt. Und bleib hier. Aus dieser Position heraus drehst du nun den rechten Fuß nach außen. Und die linke Ferse anheben und nach außen schieben. Beug das rechte Bein. Beug das rechte Bein. Stütz dich mit der rechten Hand ab. Komm nach oben. Und streck den rechten Arm nach vorne aus. Den linken Arm. Press die hintere Fußaußenkante fest in die Matte. Der Blick geht über deine rechte Hand. Bleibe hier. Halten. Und die Arme lang wegstrecken. Immer noch halten. Und mit dem nächsten Einatmen streckst du nun das rechte Bein aus. Ziehst jetzt beide Kniescheiben bewusst nach oben. Drehst den Brustkorb nach links auf. Und senkst dich nun hier nach rechts ab. Und zwar nur so tief, dass du wieder im Brustkorb geöffnet bleiben kannst. Gerne auch weiter oben bleiben. Und dann drehst du dich hier im Brustkorb auf. Stütz dich hier ab. Zieh die Schultern nach hinten und zurück. Und halte die Position. Dann beug dein Bein. Jetzt kommt dein rechter Unterarm auf den rechten Oberschenkel drauf. Zieh wieder hier die Schulter zurück. Und heb den Brustkorb etwas seitlich nach oben an. Um zu vermeiden, dass du hier durchhängst. Also hier nach oben ziehen. Das Knie wegdrücken. Und halten. Immer noch halten. Atmen. Und dann ruhig und gleichmäßig atmen. Okay. Dann Achtung. Strecken. Komm nach oben. Wir wechseln die Seite. Dreh den rechten Fuß nach innen. Den linken Fuß nach außen. Dann beug dein Bein. Hebe den rechten Arm nach oben an. Nochmal einen Blick nach unten zum rechten Fuß. Und dann anheben. Und den linken Arm. Und dann halte die Position hier. Konzentriere dich auf deine Atmung. Ruhig und gleichmäßig. Achte darauf, dass das linke Knie nicht nach innen fällt, sondern wirklich nach hinten wegzieht. Mit dem nächsten Einatmen streck das Bein aus und schieb die Hüfte nach hinten weg. Zieh die Kniescheiben hoch. Geh tief. Und wickel den Arm um deinen Rücken. Oder auch hier abstützen. Oder mit der flachen Hand. Drehe den Brustkorb auf. Atme ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Und wir halten noch vier Atemzüge. Dann langsam das Bein beugen. Abstützen. Und nochmal ganz bewusst den Brustkorb aufdrehen. Halte die Position. Noch zwei Atemzüge. Und dann langsam strecken. Komm nach oben. Und dann drehen wir uns ganz nach rechts auf. Beugen uns nach vorne. Der linke Fuß ist leicht nach außen gedreht. Der rechte Fuß zeigt gerade nach vorne. Beide Kniescheiben sind angezogen. Einmal hier nach vorne beugen. Dann das Bein beugen. Die Arme kommen nach oben. Nach vorne. Aus. Und ein. Achte auf dein Knie. Dass dein Knie über deine Ferse bleibt. Nach vorne. Und hoch. Nach vorne. Und hoch. Letztes Mal. Nach vorne. Und hoch. Wir wechseln die Seite. Und beide Beckenknochen nach vorne ausrichten. Nach vorne beugen. Zieh die Kniescheiben hoch. Rücken gerade halten. Und komm nach oben. Atme ein. Und aus. Press die Fußaußenkanten. Fest in die Matte. Jetzt die Beine ganz fest. Und beugen. Das Hinterbein bleibt immer fest. Und nach vorne. Und hoch. Nach vorne. Und hoch. Nach vorne. Nach vorne. Und hoch. Und dann das Hinterbein nach vorne bringen. Noch einmal die Beine beugen. Knie, Füße eng zusammen. Oberschenkel fest zusammen. Pressen. Halte hier. Geh nochmal tief. 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 Rücken gerade halten. Fersen heben. Und senken. Nach oben kommen. Und auslockern. Und dann war es das auch schon. Mein Stehhaltungsprogramm für Anfänger. Ich hoffe, du hast deine Beine ordentlich gespürt. Bis zum nächsten Mal.